Musik Viele Hessen sind heute Morgen statt zum normalen Wecker wahrscheinlich hierzu aufgewacht. Rutschig ist es in Darmstadt. Wer nicht raus muss, der bleibt heute zu Hause. Ich muss raus, ich muss ja auch drüber berichten. Und ein paar andere Menschen sind hier heute auch noch in der Innenstadt in Darmstadt unterwegs. Und die frage ich mal, die so mit der Glätte klarkommen. Ihr habt euch tatsächlich bei dem Wetter rausgetraut, bei dem Glatteis? Wir müssen zum Arzt. Da kommen wir nicht dran vorbei. Aber hat sich jetzt durch diese Wetterlage bei euch die Tagesplanung irgendwie geändert? Was macht ihr anders heute? Wir haben auf jeden Fall Angst auszurutschen, aber wir geben uns Mühe. Ganz vorsichtig gefahren, alles entspannt angehen. Sie laufen etwas vorsichtiger heute. Ja, laufe ich. Warum? Ja, weil ich Angst habe, dass ich ausrutsche. Warum haben Sie sich bei dem Wetter überhaupt rausgetraut dann? Ja, weil ich einen Termin habe. Ja, wir haben uns rausgetraut. Wir haben Windeln gebraucht. Hat sich durch diese Wetterlage, durch die Ankündigung, euer Tagesplan heute geändert? Und wenn ja, wie? Die Kinder sind zu Hause, keiner ist im Kindergarten. Findest du das gut? Ja. Dass es so rutschig ist? Ja. Versuchst du auch ein bisschen zu rutschen schon? Ja. Alles andere als ein Spaß, dieser Glätteunfall auf der B454 bei Stadt Allendorf. Dem Lkw-Fahrer ist ein Pkw auf seiner Seite entgegengekommen. Ausweichen war leider nicht mehr möglich. Führte dazu, dass er erst ein Pkw truschiert hat. Der zweite ist eingeklemmt zwischen Lastkraftwagen und der Leitplanke. Wir bereiten gerade eine schonende Rettung von den zwei Insassen vor, die soweit stabil sind. Wir gehen schon davon aus, dass die Witterung natürlich Einfluss darauf genommen hat, dass es zu diesem Vergessenfall kam. Eiszeit am Frankfurter Flughafen. Zehntausende Passagiere stranden hier vorerst. Ich war in Florida, neun Stunden Flug. Jetzt bin ich hier in Frankfurt, ich muss nach Luxemburg. Aber es geht nicht. Die haben gesagt, Freitag. Ich hatte ursprünglich meinen Flug nach Sofia auf 10 Uhr gebucht. Der wurde komplett gecancelt seitens der Lufthansa. Ein Alternativflug wurde mir leider nicht angeboten. Demzufolge muss ich nochmal neu buchen auf Bulgarien eher. Und der Flug geht jetzt auf 14 Uhr. Wir standen schon auf dem Rollfeld, wurden dort dann nach einer Stunde aufgefordert, den Flieger zu verlassen. Und jetzt sitzen wir hier. Und Sie sehen die Schlangen. Es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit, umzubuchen. Im Laufe des Nachmittags heben einzelne Maschinen wieder ab. Zurück ins fast verwaiste Zentrum Darmstads. Also so leer habe ich die Darmstädter Innenstadt an einem Werktag ehrlich gesagt noch nie erlebt. Sind wohl viele Leute zu Hause geblieben. Und wer rausgeht, geht auf Nummer sicher. Naja, fast. Zuhause bleiben war aber keine Möglichkeit heute. Also aufs Auto habe ich auch heute verzichtet. Mal gucken, ob der ÖPNV mitmacht. Und dann toll, toll, toll und guten Rutsch. Vielen Dank. Ciao. Schönen Tag. Ebenfalls.